Und wir erweitern nämlich dieses Gespräch nochmal um unseren Bild-Meinungschef Philipp Piatow, der hier bei uns im Studio ist. Ja, Philipp, das Ganze wurde ja insgesamt komplett chaotisch auch vorbereitet. Ich meine, allein diese Geschichte, die Hannes gerade erzählt hat, eine wirklich alte Dame, die da fast erfriert in der Impfschlange. Wie kann sowas passieren? Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was Hannes hier uns gerade erzählt hat. Eigentlich, wenn man lange Impfschlangen sieht, könnte man ja meinen, wie toll, das sind Bilder der Hoffnung. Da machen sich Menschen auf, um sich impfen zu lassen. Also genau das, wofür wir alle trommeln, Wissenschaftler, Politiker, Medien. Aber dann muss man sich eigentlich vorstellen, warum sind wir darauf eigentlich nicht vorbereitet? Warum müssen Menschen gerade stundenlang in der Kälte stehen, um sich impfen zu lassen? Ich meine, man weiß doch angeblich seit August davon, dass irgendwann die Booster-Kampagne starten soll. Am vergangenen Donnerstag beim großen Corona-Gipfel haben Bund und Länder ja zur nationalen Kraftanstrengung ausgerufen. Aber wir sind dafür überhaupt nicht vorbereitet. Die Impfzentren wurden dicht gemacht und werden jetzt langsam wieder hochgefahren. Jens Spahn hat den Impfstoff rationiert, zumindest den Biontech-Impfstoff, den die ganzen Leute wollten. Das ist der beliebteste Impfstoff. Und dazu kommt, es wurde plötzlich zum Boostern für alle aufgerufen. Anstatt erst mal die zu boostern, die es ganz, ganz dringend brauchen, nämlich die Senioren. Und die sehen jetzt ganz besonders alt aus. Die müssen nämlich wirklich in der Kälte stehen, was sie natürlich am wenigsten abkönnen. Und wer kann aber lange in der Schlange stehen? Die Jüngeren, die den Impfstoff aber gar nicht so dringend brauchen wie die Alten. Und gleichzeitig wird es zur Impfpflicht, beziehungsweise wird über die Impfpflicht schon diskutiert. Kann das denn überhaupt funktionieren, falls es jetzt eine Impfpflicht geben würde, wenn es jetzt schon so lange Schlangen gibt? Also man stelle sich vor, dass nicht nur die Impfwilligen gerade anstehen würden, sondern alle Menschen, die tatsächlich jetzt auch müssten. Dann würden wir das noch weniger hinbekommen. Und das zeigt auch, glaube ich, den ganzen Charakter dieser Impfpflichtdebatte. Ganz egal, wie man dazu steht, zu einer allgemeinen Impfpflicht. Aber die Impfpflichtdebatte ist gerade eine politische Nebelkerze. Ein Ablenkungsmanöver, um davon abzulenken, dass die Politik sich nicht vorbereitet hat. Dass sie das Land nicht auf die Booster-Kampagne vorbereitet hat, so wie andere Länder es getan haben. Wir können es nochmal Bilder von gestern aus Hamburg auch anschauen. Da stehen hunderte Menschen, die sich impfen lassen wollen, aber viel, viel Zeit mitbringen müssen vor der Elbphilharmonie. Die Philharmonie selbst hat dieses Video gestern getwittert. Man sieht da diese nicht enden wollende Schlange, die über die Brücke geht hin bis zur Philharmonie, um sich dort den zweiten, ersten oder dritten Peaks abzuholen. Wie kann die Situation verbessert werden, insbesondere für die Senioren? Ja, also ich glaube, man kriegt das auf die Schnelle nicht hin. Ich glaube, so einfach ist es zu sagen, man kriegt das auf die Schnelle nicht hin, alle sofort ohne diese Warterei zu boostern. Und du hast ja vorhin gefragt, wie viele Menschen sind es, die sich boostern lassen wollen, wie viele sind es, die die Erstimpfung abholen. In den vergangenen Tagen waren über 70 Prozent der Menschen, die eine Impfung bekommen haben, das waren alles Booster-Patienten. Was kann man aber ganz schnell tun? Die Kassenärzte haben heute Alarm geschlagen, haben einen Brandbrief an Jens Spahn geschrieben, das hat mein Kollege Julius Böhm enthüllt, und haben gesagt, wir müssen wieder priorisieren. So wie wir das vom Anfang der Impfkampagne kannten, das heißt zuerst die Älteren, erst Ö80, Ö70, Ö60 und so weiter. Nur so kann man gewährleisten, dass die Menschen, die den Booster-Shot am dringendsten brauchen, ihn auch bekommen. Gab es da schon eine Reaktion aus der Politik? Hast du da schon was gehört? Also ich kann sagen, es gibt gerade viele interne Runden, in denen beraten wird. Es gab heute Mittag eine Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Bundesländern. Man ist massiv unzufrieden mit der Kommunikation von Jens Spahn, aber auch mit der politischen Entscheidung, die Impfzentren dicht zu machen. Man sieht das als massiven Fehler an und sucht jetzt nach Möglichkeiten. Also zum Beispiel denkt man darüber nach, wie man ganz schnell die Apotheker mit einbeziehen könnte. Aber ehrlich gesagt, man kommt an der Priorisierung kaum vorbei. Weil man hat jetzt völlig überhastet, auch vielleicht ohne die ganz große Not, alle zum Boostern aufgerufen. Und das bringt gerade diejenigen eben in die Bredouille, die das am dringendsten brauchen, die Senioren. Die müssen jetzt in der Kälte warten. Und die können es eigentlich für den Schlechtesten machen. Einschätzungen von Philipp Piatow. Vielen Dank dafür, Philipp. Vielen Dank.